ja hallo leute willkommen zu micro arcade rockwork ja wie der name schon sagt wir hier irgendwie steine bearbeiten vielleicht werden ein oder anderen das spiel schon ein bisschen kennen und zwar gab es vor ich glaube vor einer woche irgendwas mit micro arcade apple pie also apfelkuchen und apple kuchen herstellen musste was auch irgendwie ziemlich witzig war und auch ziemlich unterhaltsam muss ich sagen so jetzt haben wir hier was neues so ich habe mir die profil ist schon angeguckt die da muss man 600 punkte erreichen das sollte kein problem sondern gibt es wahrscheinlich wieder ganz schön viele verschiedene sachen zu machen und wir müssen verschiedene sperre herstellen also sowas wie man ja man aus der steinzeit kennt es ist also aufgebaut sein ja bevor ich es wieder vergesse spiel kostet 169 kann allerdings auch nur zweimal gesteckt werden ps4 nur eu und us version wo us version 1 49 20 cent billiger das geht eigentlich schon klar und ich kann mir auch gut vorstellen dass jetzt demnächst noch mehr so was rauskommt also seid da mal gespannt drauf ja gut dann fangen wir mal an so was müssen wir machen gedrückt halten okay ich habe mal gedrückt schon 600 punkte ich halte mal gedrückt okay da kam schon die platin da kam schon die platin was das denn also man muss nur man muss nur gedrückt gedrückt halten bis man 600 punkte hat und dann kommt die platin und die späre die hier unten sind die sechs stück gehören zu den trophäen dazu also ok da brauchst du nur x gedrückt halten und bis ihr 600 mach mal 700 punkte habt oder vielleicht 1000 ich weiß nicht dann habt ihr platin schon also das ist voll easy ich dachte jetzt man muss noch irgendwas machen so was wie polieren wer da noch mal herstellen also stock daran so was wie dieses apfelpeil aber das hier ist ja das ist ja mega easy okay 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 dann bis zum nächsten mal es war echt easy nein Horstuck ich Vielen Dank.